In Spanien steht unter der Woche die zweite Runde der Achtelfinals in der Copa del Real. Vor allem für den Rekordsieger FC Barcelona wird das Rückspiel kein einfaches Unterfangen. Die Katalanen verloren das Hinspiel gegen Ude Levante mit 1 zu 2. Spox zeigt euch, wann welche Partien stattfinden und wo diese im TV und Livestream übertragen werden. Während Real Madrid das Hinspiel gegen CD Lebanez deutlich für sich entscheiden konnte, 3 zu 0, muss Atletico Madrid nach dem Remy 1 zu 1 gegen Girona mit voller Konzentration ins Rückspiel gehen. Eine große Überraschung gelang auch Ude Levante mit einem 2 zu 1 Sieg gegen den FC Barcelona. Lionel Messi und Co. werden im Camp nur den Rückstand drehen müssen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Copa del Real Welche Spiele finden wann statt? Datum oder Zeitpartieübertragung Die 1 5.01.19.30 Uhr Valadolid Getafe dasen die 1 5.01.21.30 Uhr Valencia, Sporting Giron dasen mi 1 6.01.19.30 Uhr Atletico Madrid Girona dasen mi 1 6.01.20.30 Uhr Sevilla Athletic Bilbao dasen mi 1 6.01.21.30 Uhr Leganis Real Madrid dasen do 1 7.01.19.30 Uhr Real Sociedad Batista dasen do 1 7.01.20.30 Uhr Espanol Villareal dasen do 1 7.01.21.30 Uhr RFC Barcelona Levante dasen Copa del Rey Die Partien live auf dasen da Streaming-Dienst DAZN überträgt alle Partien der Copa del Rey live und exklusiv. DAZN hat neben dem spanischen Pokal auch weitere europäische Top-Ligen im Angebot. Neben der Liga einer, Premier League, Primera Division und Serie A werden auch Spiele der Champions und Europa League übertragen. Zudem gibt es Partien der vier großen US-Ligen NBA, NFL, MLB, NHL und viele weitere Events aus UFC, Darts, Tennis und vielem mehr gezeigt. Ein Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern. Copa del Rey Die Sieger seit 2010 der FC Barcelona ist mit 30 Titeln der Rekordsieger des spanischen Pokals und gewann diesen in den vergangenen vier Jahren. Hier findet ihr alle Pokalsieger seit 2010 im Überblick. Ja Sieger 2 0 1 8 FC Barcelona 2 0 1 7 FC Barcelona 2 0 1 6 FC Barcelona 2 0 1 5 FC Barcelona 2014 Real Madrid 2013 Atletico Madrid 2 0 1 2 FC Barcelona 2011 Real Madrid 2 0 1 0 FC Sevilla Ja Sieger 2 0 1 FC Barcelona 3 0 1 0 1 1 monastery Ja Sieger 2 0 1 0Übersено